Unter Elsässisch versteht man die im Elsass verbreiteten alemannischen und fränkischen Dialekte des Oberdeutschen. Elsässisch ist keine linguistisch in sich kohärente Dialektgruppe, sondern eine geografisch bzw. politisch und kulturell bestimmte Sammelbezeichnung für die über die gesamte Region des Elsass verteilten lokale Mundarten. Unter der Bezeichnung Dialekte des Elsass mit Territorialbezug zählen neben den germanischen, auch traditionelle romanische Dialekte in einigen Gebieten der Vogesen und zwischen der deutsch-französischen Sprachgrenze und Regionalgrenze im Süden Dialektgruppen. Die im Elsass verbreiteten deutschen Mundarten werden von der Dialektforschung größtenteils den alemannischen Mundarten zugeordnet. Das zum Oberdeutschen zählende Alemannische wird überwiegend durch das Niederalemannische vertreten. Die im Süden an der Grenze zur Schweiz verwendeten Mundarten werden hingegen dem Hochalemannischen zugerechnet. Einige Dialekte im Norden und Nordwesten werden den rheinfränkischen Mundarten zugeordnet. Das rheinfränkische wird bereits zum Mitteldeutschen und in diesen zum Westmitteldeutschen gezählt. An der Grenze zur Pfalz werden dem Pfälzischen verwandte Dialekte im sogenannten krummen Elsass-Lautringisch-fränkische Mundarten gesprochen. Ortal Elsässisch hat in Frankreich den Status einer Regionalsprache. Allerdings hat Frankreich die Europäische Charta zu deren Schutz und Förderung zwar unterzeichnet, aber bislang noch nicht durch das Parlament ratifiziert. Mit Ortal gibt es seit 2003 den Versuch die elsässischen Schreibweisen zu vereinheitlichen und zu standardisieren. Um so ein einheitliches Schreiben zu ermöglichen, vergleichbar der 1976 eingeführten Schriftsprache für die luxemburgischen Mundarten. Die elsässische Sprache soll dadurch nicht standardisiert werden. Ortal kann alle verschiedenen regionalen Varianten beschreiben. Abgrenzung und innere Gliederung Eine der Isoglossen, die im Elsass und in Nachbarregionen zur Unterscheidung zwischen oberdeutschen und mitteldeutschen Mundarten herangezogen werden, ist die Gemma-Sheimer-Linie, die an Lautendes Pf von P trennt. Diese Isoglosse ist in der Karte rechts jedoch nicht dargestellt, einen ähnlichen Verlauf hat die Bruder-Isoglosse. Meist verlaufend zur Mundartgliederung verwendete Isoglossen jedoch nicht identisch. Weswegen man nicht von einer alemannisch-fränkischen Mundartgrenze sprechen kann, sondern nur von einer einen Übergang abbildenden Sprachgrenzzone. In der Karte dargestellte Isoglossen von Nord nach Südbruder, nördliches Bruder-Bruder zu südlichem Bruder-Bruder, Brüder, Brüder, wird manchmal auch zur Abgrenzung von Fränkisch zu alemannisch verwendet gewesen, Diese Isoglosse wird in der Regel zur Abgrenzung zwischen dem Nieder- bzw. oberein-alemannischen und dem Hochalemannischen benutzt. Punkt. Die in der Karte rote in Nordrichtung verlaufende Linie stellt die 1871 bis 1918 geltende französisch-deutsche Staatsgrenze dar. Diese deckt sich nicht mit der französisch-deutschen Sprachgrenze. Viele Isoglossen des Elsässischen bzw. aller Dialekte im Oberrheingraben verlaufen in Westrichtung und erzeugen dabei eine Nordstaffelung. Diese Unterschiede in Aussprache und Grammatik haben sich vermutlich meist während des Mittelalters herausgebildet. Dabei haben sich möglicherweise Sprachmerkmale von Norden nach Süden durchgesetzt, links des Rheins stärker als rechts des Rheins. Man vermutet, dass dabei oft als alemannisch bezeichnete Sprachmerkmale von als fränkisch bezeichneten Sprachmerkmalen ersetzt wurden. Eine These zur Entstehung dieser Staffeln besagt, dass die Einflüsse der fränkischen Dialekte durch den stärkeren Verkehr im Elsass schneller vorgedrungen sind als auf der rechten Rheinseite. Das Straßburgische wird oft als alemannisch-fränkische Enklave im umgebenden alemannischen Mundartgebiet betrachtet. Die Handelsbeziehungen dieser Stadt reichten weit nach Norden, Verbreitung. In einer Umfrage des Amts für Sprache und Kultur im Elsass-Office Pur-la-Long-Ela-Culture d'Alsass von 2012 äußerten sich die Einwohner der Region Elsass folgendermaßen 43% erklären, gut Elsässisch zu sprechen. 33% erklären, ein wenig Elsässisch zu sprechen oder es ein wenig zu verstehen. 25% erklären, kein Elsässisch zu sprechen. Dialektmerkmale Der Wortschatz der Elsässischen Dialekte ist unter anderem dokumentiert im Wörterbuch der Elsässischen Mundarten. Beispiele Hochdeutsches und Alemannisches A und IR W zu R Deutsch Mutter, Alemannisch Mütter, Elsässisch Mütre Deutsch WIR, Alemannisch MIR, Elsässisch MR Lautverschiebung B zu W, Deutsch ABA, Alemannisch ABA, Elsässisch ABA Eine sonst untypische Lautverschiebung von G zu W, Deutsch Magen, Wagen, Alemannisch Mage, Waage, Elsässisch Mavé, Bave, Baye. Spezifisch für das Elsässische ist der Einfluss des Französischen seit dem 17. Jahrhundert. Verwendung französischer Wortstämme Deutsch Fahrrad, Elsässisch Velo, Deutsch Bürgersteig, Elsässisch Trottwa Alemannisierung Wörter französischer Herkunft werden mit deutschen Grammatikendungen verwendet, Deutsch wehen, Elsässisch Vasiere Dialektbeispiele Straßburger Stadtmund hat der Straßburger Dialekt ist ein Stadtdialekt, der sich ähnlich wie der Wiener oder Berliner Dialekt deutlich von den Mundarten des Umlandes abhebt. Das Straßburgerische zeichnet sich durch den hohen Anteil von rheinfränkischen Mundartmerkmalen aus. Auszug aus dem Gedicht ist Zieht von Emilien Neckaufmann Schlettstädter Elsässisch eine Ansprache, die bei einer muttersprachlichen Gesellschaft in Schlettstadt gehalten wurde. Im Vergleich mit dem Dialekt am Kaiserstuhl und Standarddeutsch